Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Juventus Turin siegte mit 3 zu 0 gegen Sassuolo Calzico Urheberrecht Getty Images Juventus Turin findet zurück in die Erfolgsspruch. Beim souveränen Sieg gegen Sassuolo Calzico glänzen die deutschen Legionäre Sami Khedira und Emre Ken. Juventus Turin liegt auch dank Sami Khedira und Emre Ken weiter klar auf Titelkurs. Der italienische Rekordmeister setzte sich am 23. Spieltag dank Treffern des Ex-Weltmeisters Khedira, 23., von Superstar Cristiano Ronaldo, 70., und des einer wechselnden Ken, 86., mit 3 zu 0, 1 zu 0, bei Sassuolo Calzico durch und führt die Serie A mit 11 Punkten Vorsprung auf den SSC Neapel an. Der Tabellenzweite musste sich am Samstag mit einem 0 zu 0 beim AC Florenz begnügen. Während Khedira 67 Minuten zum Einsatz kam, wurde Emre Ken kurz vor seinem Tor in der 85. Minute eingewechselt. Anzeige, jetzt das neue Trikot von Juventus Turin bestellen, hier geht's zum Shop, Ende eines Albtraums. Inter schlägt Parma-Trainer Luciano Spalletti hat beim ehemaligen Champions-League-Sieger Inter Mailand unterdessen zunächst einen Schritt aus der Schusslinie gemacht. Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg gewann Inter 1 zu 0 bei Parma Calzico und festigte Platz 3. Die Krise ist zu Ende. Endlich zeigt sich Inter wieder in altem Glanz, schrieb die Gazeta dello Sport, während Toto Sport über das Ende eines dreiwöchigen Albtraums berichtete. Anzeige, internationaler Fußball live bei DAZN, jetzt Gratis-Monat starten, Spalletti kann erst einmal durchatmen. Wir haben gegen Parma bewiesen, dass wir die Schwierigkeiten überwinden können. Jetzt heißt es dieses Resultat zu konsolidieren, sagte der 59-Jährige. Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass Spalletti durch Ex-Chezy-Coach Antonio Conte ersetzt werden könnte. Gut Crokke ist hox-ונ gegeteunter distinct, Spalletti muss zusammen auf Anzeigen Umgebung ver pistache,